ich schau mal kurz was ich hier drinnen habe fluss lebenskraft ja schild kapazität ist nicht so bringt aber ich habe noch ein gesundes ding drinnen ja gepanzte beweglichkeit verstärkende ausrüstung energieeffizient stahlfaser für mehr rüstung und transiktivität sollte passen also diese diese schilding diese gewaltete beweglichkeit also mit eben nein das ist nicht so ich meine das mit lebensenergie und schild dazu das habe ich jetzt nur trainieren weil es auch lebensenergie bringt und ja keine keine weiteren diskussion darüber so 20 25 das sollte eigentlich gut passen für den lieben in aros das glaube ich schon 30 ich bin ich irre finde wells relikt schauen wir mal ob uns das gelingen wird ok mal gucken ob uns wieder zombies angreifen so beim letzten mal aber das ist ja kein wirklicher tempel meiner meinung nach aber ja strange ich kann nur hier lang das ist schon mal nicht so geil wenn er in die richtung so ein bisschen vorgegeben wird aber ja naja die mensagen sind die express real suffering he's lashing out i should have seen the cracks for me i don't understand how would you know about the dream Das weiß ich nicht. Unsere vier Mögen haben ihn in und studiert seine Ürichtungen. Wir wurden die Valle, die Schraube des Gottes liebsten Existenz. Ausatmen. Ich glaube nicht. Ra-ta-ta. Der Mann in der Wall. Der Mann in der Wall. Das ist das, was er nennt. Ich versuche zu folgen. Na toll. Ja, das ist, das ist traumhaft. Ja, das ist... Da stehe ich richtig drauf. Hm? Am Gottes willen. Da ist er. Komm her. Ich töte dich. Hier ist er. Irgendwo hier. Ähm. Ich glaube, ich habe ihn verloren. Mann. Ich gehe hier weiter. Hier ist er auch wieder. Ach, Herr Jemini. Warum? Warum? Warum tue ich mir das nur an? Hat bisschen was von geradeaus laufen. Hm. Ach du meine Güte. Hm. 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 Oh god. No. Mine. That's her. Oh mein Gott. Äh. Bitte was? Ist ja nicht so, als würde er keinen Schaden bekommen, ne? Ist schon ein bisschen grausam hier. Okay. Ich sage mir das doch gleich. Und lass mich nicht sterben hier. Oh mein Gott. Boah. Ich will, ich will. Äh. Es ist ja. Sehr furchtbar. Gut, dass ich vier, dass ich vier mal leben kann. So. Ein bisschen halten. Dann weg von hier. Ciao. Boah. Alter. So creepy das Ganze. Warum nur? Ah, da wäre Dings sicher besser gewesen. Ivara. Wird sich wieder unsichtbar machen können. Das hat schon was. Alter Schwede. Ähm. Operator. Was war das Ding? Lotus. Kannst du das erklären? Lotus? Äh. Die Transparenz-Energie. Fractured. Es war so kalt. Indifferent. Inhumane. Wenn Rell war Tenno, was wurde er mit Outmargulis? Ja, das würde ich auch gern wissen. Also, Magulis hat ja drauf geachtet auf die Leute, aber ohne ihr schaut es da anscheinend nicht so rosig aus. Ich meine, sieh uns an. Wir sind jetzt auch nicht gerade das Beste, was sie rausgebracht hat, aber trotzdem. Aber ja. Okay. Huch. Ich hab jetzt schon einen Punkt drinnen. So. Dann aber wieder zurückzuladen. Also, sehr okay. Eigentlich würde ich jetzt mal behaupten. Hallo. Ah so. Ciao. Hab nicht viel mit dir zu reden, ganz ehrlich, weil das ist ja auch so. Ja. Ich mag die ja nicht. Also, sie mögen mich nicht. Ich hab nix gegen sie, aber. Oh. Ein anderer. Ich kann gar nicht rein. Ups. Ich habe das ganze Leben gebeten, Rell. Ich habe das ganze Leben gebeten, Rell. Ich habe das ganze Leben studiert, Rell's teaching des Vöid. Die zügige consequenz, die durchsendlich sind und durchsendlich sind. Jetzt sehe ich, dass das ist wahr. Er allein, in seinem Hörgerung, hat uns gebeten. Was für ein Preis er hat. Er ist rechtlich, Rell. Outcast of Sacred Void Hear my voice Speak You have been driven from the vessel By your suffering You have swallowed the Poison Star So we would not Holy Rel Speak The Tenno who rejected you Have come to your aid He's here The Dada It's working Giving him humanity We are listening Rel Speak Shai? No, try again This one? Ah, ich darf jetzt Okay, jetzt bin ich dran Boah, da könnte Wütend ist er nicht, glaube ich Das sieht nicht so aus Das sieht eher krank Sieht auch nicht eher aus Das sieht so ein bisschen Äh, ich würde sagen Traurig Ja, dachte ich mir schon Äh Das sieht gut aus, oder? Ich meine Ja, ich würde Das hier nehmen Hallo, überrascht Oh, verflucht Dann ist es Dann wird es verlegen sein Ja, dann war es verlegen Entschuldigung Entschuldigung Und wie geht es denn? Und wie geht es denn hier? Mama Ja, Rel Mama Geh vor, Rel Ähm Nervös Nervös Wir sind in einem Schiff Ja Nervös 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 Ähm Ich denke so Du bist besser mit diesem Definitiv krummelig Ja, der, der ist Ich weiß nicht Ist der glücklich? Es ist schwer zu sagen Ich meine Das steht glücklich Aber Also Das ist Ja Ähm Ich glaube Da brauche ich Äh 50 50 50 Joker Und dann auch Nervös Telefonanruf Und damit ich mir dann Wirklich ganz sicher bin Fahre ich nur das Publikum Damit ich wirklich Sicher weiß Dass er glücklich ist Hm Das memory His humanity Still remains Buried in these emotions He so often failed to grasp Could they be the key to saving him from this? Tenno I have a theory Return to your orbiter And I'll explain Okay Okay Gut Wenn sie mir das erklärt Kann ich gerne zurückkommen Ich weiß nicht Dann, weil ich glaube Die Aufnahme mal beenden Das ist wieder auch So ein kurzes Dingchen Aber das macht er glaube ich Nichts hoffentlich Wobei Ja Schauen wir mal Schauen wir mal Ja Könnte gut sein Das Problem dabei ist einfach nur Dass ich diese Fallen von Sevalon Simaris eigentlich nicht habe Ich weiß auch gar nicht wie die heißen oder so Ähm Ja Dazu könnte ich ihn besuchen Aber ich weiß gar nicht Ich glaube ich kann jetzt mal kurz kurz hier reinschauen Bei der Ausrüstung Okay Dabei habe ich es jetzt nicht Genetische Siphonfalle Hätte ich Aber muss ich ganz scannen Das weiß ich nicht so genau Ich würde sagen das probieren wir noch mal kurz und Ich werde es näher herausfinden Wie das funktioniert Das kann nicht ganz so schwer sein Ah ja das ist eine eigene Mission im Frack Das ist das ist schon mal nicht schlecht Dann brauche ich keine Schlüssel aufwenden dafür Was aber auch nicht so schlimm wäre Weil Schlüssel kann man sich eigentlich relativ gut leisten Muss ich sagen Ich meine es gibt ein paar Dinge Es gibt Ich glaube die haben irgendwas spezielles Was sie brauchen Aber ich glaube das ist nur etwas Was ich auch speziell für irgendwas brauche Und jetzt nicht so dringend ist Yo Okay Holy Rel Let us bring you the peace you have earned Guide this Tenno so you can return to the Harrowing vessel So that you might rest Rel's warnings Those dire consequences He was talking about void exposure wasn't he The effect it has on human minds is well understood But it's not This isn't some kind of deep pressure bins as Margulah suspected Rel saw what it was Truly An entity Indifferent Oldest stars Ah ja ok Na toll Das war richtig toll Ich glaube ich muss zu sehr viel und sie mal ist da schon danach Warte 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 Ich wollte sie eigentlich gerade wieder einsam Aber ok Das geht anscheinend nicht Gut Das war ein bisschen zu viel Zu früh sag ich jetzt mal Sorry So 71 Meter Oh Gott Das wird schon wieder creepy Na toll Okay Okay There An emotion Manifest from the game Rel As a child See if you can stabilize it With the kinetic center Ich weiß nicht mal, wie man das Ding hier verwendet. Nope. Na, gucken wir mal. Ciao. Oh, 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 oh. So, jetzt reicht es mir langsam hier mit euch. Was? Kann ich, ja? Bitte sag, dass du es gereicht hast. Bitte sag, dass du es gereicht hast. Defend yourself und try to track them. Ich will nicht mehr zurückgehen. Nein! Ah, toll. Das war jetzt voll im Arsch, weil ich keine Dinge mehr habe. Alter, was ist los mit dir? Ich glaube, ich muss mir dann so Dinge besorgen, ja. Ich glaube, ich alles nix. Aua. Hat etwas weh, aber ich komme ja... ...ich komme irgendwie nicht mehr raus. Warte, ich kann hier langlaufen. Ach, du meine Güte. Nope. Ich werde gleich sterben. Hä? Hä? Was? Ach so, hier unten, okay. Gut. Ich bin tot. Ja, das war's. Das, ja, okay, das war's jetzt. Also, ich kann... Okay, das bringt nichts, weil ich keine Dings mehr habe. Darf ich, ja. Geil. Ich hatte fünf Stück davon und... Boah, wo? Dazu müsste ich wissen, wo der Semperon Simaris ist. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Ich glaube, die kaufe ich dann heute noch und dann mache ich beim nächsten Mal dann weiter. Äh, ja, genau. Ich gugele nämlich gerade, wo das Ding, wo der ist. Äh, hm. Die fallen... Ja, schon, aber wo ist der zum Teufel? Ich stehe... Da steht alles, was du bekommen kannst von ihm, aber es steht nicht, wo er ist. Na toll. Na toll. Vielleicht später suchen. Okay. Ich schau mal kurz, wo er ist. Das... Das mache ich aber im Grunde offscreen, weil das braucht ihr jetzt nicht unbedingt bekommen. Also, ja. Also, ich finde ihn gleich, aber... Okay, hier ist das da. Dann gibt's hier die Parent Sequence. Dann gibt's hier dieses Red Veil. Hier gibt's die Konklave, müsste das hier sein. Genau. Da drüben ist was anderes. Was ist das hier? Das ist komplett irgendwas Unnötiges. Alter Schwede. Was war denn das jetzt? Hallo? Ich dachte gerade, es ist kein Aufzug. Aber anscheinend nicht wirklich so ein Aufzug. So ein richtiger. Okay. Was ist das hier? Nope. Da bin ich komplett falsch. Die Tür geht nicht auf. Was ist das hier? Ah, das ist er ja. Hallöchen, mein lieber Freund. Ich würde gerne was kaufen. Geht das hier? Wunderbar. Danke. Sollte ich nochmal was brauchen, komme ich wieder, ne? Also, viel Dank und tschau Simaris. So, das mach ich jetzt aber noch. Da ich jetzt weiß wie es geht, werde ich das auch hinkriegen und bei 10 fallen kann ich echt nicht viel falsch machen. Ja. Ja, gut, ähm, ich muss sagen, dass jetzt vielleicht, ähm, Inaos nicht mehr so geil ist, weil es hier keine Gegner gibt, mit der es sich heilen könnte, aber ja. Sollte ich das, was du gewonnen hast. Sollte ich das, Tenno, so dass du zurückkriegst. Sollte ich das, Tenno. Sollte ich das, dass du den Herrowing-Vessel bist. Sollte ich das, dass du restierst kannst. Sollte ich das. Sollte ich das, was auf die menschliche Gelegenheit ist, ist gut verstanden. Aber das ist nicht. Das ist keine Art von tiefen Pressure-Bins, wie Margulah erwähnt. Rell sah, was es war. Echt. Eine Entität. In die ähnliche, ähnliche, ähnliche Sternen. Kommt noch was? Nö. Passt. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nicht gut. Gucken wir mal, ja. Ja, wo ist es? Hallo? Hallo? Wo bist du? Hallo? Wo bist du? Ah, hier ist es. Ah, sehr schön. Jetzt kommt er selbst. Das ist schön. Alter. Nein. Oh, nee. Nicht schon wieder. Aua. Wenn der sich nicht überall hin teleportieren könnte. Das wäre ja richtig geil. So, warte. Hallo? Ja. Super. Ah, ich hab's aufgehalten. Ah, komm. Und weg. Gut, aber hat, hat funktioniert, hat funktioniert. Er ist listening. Er weiß, was du machst. Boah. Boah. Alter. Er slowt mich so ein bisschen. Ups. Nein. Heute nicht. Mein Freund. Geht das? Ja, ich hab's. Okay. Boah. Geh weg. Na toll, es ist tot. So. Ein bisschen Leben einhauchen und weg hier. Niemand will das. Niemand will von dem, keine Ahnung, was der so tut, aber ich will nicht sterben. So, lief wesentlich Besseres beim letzten Mal. Ja, ich mein, ich hatte fünf Fallen, ich hätte nur drei von den Dingern einfangen müssen und hab's eigentlich in dem Moment verkackt, wo ich real versucht habe einzufangen. Beziehungsweise die erste Falle zu setzen war auch nicht gerade so prickelnd, aber ja. Ja. Kommt du was? Ähm. Ich hab doch grad, ich hab doch grad drei gefangen. Was? Ich muss, ich muss hier auch noch. Ach men, oh nein. Ich bin nicht da auch noch. Okay, gut. Ja, gut. Ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Runde von Wurfen wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ciao, bis dann. Baba. 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 Baba.